Grundlagenkenntnisse im Abitur sind wichtig. Deshalb schauen wir uns hier nochmal ein bisschen genauer die binomische Formeln an. Für den Anfang gibt es eine kleine Übersicht über die drei binomische Formeln, die wir gleich anwenden werden. Das hier ist die erste und das hier die zweite binomische Formel. Die unterscheiden sich nur in einem Vorzeichen, auf der linken Seite mit grün dargestellt und auf der rechten Seite mit rot. Und die dritte binomische Formel würde dann so aussehen. Diese drei Formeln sind nicht nur vorwärts anwendbar, vorwärts bedeutet, so wie man sie klassischerweise lernt, von links nach rechts, sondern auch rückwärts, also von rechts nach links. Und natürlich müsst ihr beide Richtungen beherrschen. Für den Anfang werden wir uns mit Beispielaufgaben in die Vorwärtsrichtung beschäftigen, weil es meiner Meinung nach ein bisschen einfacher ist. Und binomische Formeln werden natürlich in erster Reihe dafür verwendet, Terme zu vereinfachen. Und genau das werden wir jetzt auch bei diesen drei Beispielaufgaben, die jetzt kommen, auch machen. Als kleine Hilfestellung blende ich hier rechts nochmal die drei Formeln an und ich werde dann immer darauf hinweisen, welche Formel ich gerade benutzen werde. Also, wenn wir uns jetzt diesen Term auf der linken Seite ein bisschen genauer anschauen, solltet ihr erkennen, dass wir hier eine binomische Formel haben, also diese Klammende hoch 2. Und weil Minus zwischen den x und y steht, handelt es sich um die zweite binomische Formel hier. Die werden wir auch anwenden, aber wegen der minus 4 vorne müssen wir immer noch eine Klammer beibehalten. Das bedeutet, wir schreiben erstmal die minus 4 ab, dann Klammer auf. Jetzt nutzen wir die binomische Formel, x² minus 2xy und plus y² und am Ende noch die minus 8xy. Jetzt lösen wir natürlich diese Klammer auf. Das heißt, wir multiplizieren die minus 4 mit jedem Term hier in dieser Klammer. Und entsprechend haben wir dann minus 4x², dann plus 8xy, dann wieder minus 4y² und minus 8xy. Jetzt nur noch zusammenfassend dort, wo es geht. Es sollte euch auffallen, dass 8xy minus 8xy sich gegenseitig aufhebt. Das bedeutet, unser Endergebnis lautet nur minus 4x² minus 4y². Das gleiche Ziel haben wir auch bei der zweiten Aufgabe, die Klammern aufzulösen und den Term so weit wie möglich zusammenzufassen. Also wir kennen hier am Anfang wieder eine binomische Formel und wegen der Verknüpfung mit mal mit der zweiten Klammer müssen wir eine Klammer beibehalten, auch wenn wir diese binomische Formel anwenden. Es handelt sich diesmal um die erste binomische Formel. Das bedeutet, wenn wir sie anwenden, dann haben wir 9a². Also aufpassen mit dem ersten Term, wenn ihr 3a², dann wird die 3 quadriert und das a. Deshalb 9a². Dann plus 2 mal a mal b bedeutet in diesem Fall 2 mal 3a mal 4 sind entsprechend 24a. Und dann 4 hoch 2 sind natürlich 16. Und am Ende schreiben wir noch die hintere Klammer ab. Und jetzt müssen wir nur noch diese zwei Klammern auflösen. Das bedeutet, jeden Term hier multiplizieren. Und das mache ich jetzt aus. Ich fange an mit der 9a². 9a² mal a sind 9a hoch 3. Dann 9a² mal minus 1 sind minus 9a². Als nächstes die 24a mal a ergibt 24a². 24a mal minus 1 sind minus 24a. Und noch die 16. 16 mal a sind natürlich 16a. Und 16 mal minus 1 sind minus 16. Jetzt fassen wir hier ein bisschen noch die Terme zusammen, dort wo es möglich ist. 9a hoch 3 bleibt so wie es ist. Dann minus 9a² plus 24 sind einfach 15a². Und dann minus 24 plus 16a ergibt minus 8a. Und am Ende noch minus 16a. Und die letzte Beispielaufgabe ist eigentlich schnell erledigt. Hier bei genaueres Hinschauen handelt es sich um die dritte binomische Formel, die wir hier rechts haben. In diesem Fall wäre für uns a eigentlich u und b wäre die 3v-Geschichte hinten. Also wir brauchen a² minus b². Das bedeutet, wir haben dann entsprechend u². Und minus b². Jetzt wieder aufpassen, wenn ihr 3v quadriert, dann habt ihr 9v². Und das ist alles. Verstehen oder nachvollziehen ist eine Sache. Anwenden eine andere. Deshalb habe ich jetzt nochmal drei Aufgaben vorbereitet, die ihr auch selbst bearbeiten könnt. Und dann am Ende eure Ergebnisse mit meiner vergleichen könnt. Also, ich blende jetzt die Ergebnisse ein. Bei der ersten müsste man natürlich einfach nur die Klammern auflösen. Und dann so weit wie möglich zusammenfassen. Dann käme diese Ergebnisse raus. Bei der zweiten Aufgabe handelt es sich wieder um die dritte binomische Formel. Wenn man das Ganze zusammenfassen tut, sieht es zwischendurch so aus. Und wenn man die Klammern noch auflöst, dann so. Und bei der letzten Aufgabe links haben wir die zweite binomische Formel. Und dann noch mit der Klammer ausmultiplizieren. Also, am Ende ist es nur ein bisschen Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme, dass man diesen Term zusammenfassen tut. Und jetzt sind wir bei der Rückwärtsanwendung. Wenn ihr die Formel jetzt im Kasten auf der rechten Seite betrachtet, da habe ich auch die linke und die rechte Seite vertauscht. Und hier geht es natürlich darum, große Terme mit Hilfe dieser Formeln zusammenzufassen. Wenn wir jetzt unser Term auf der linken Seite ein bisschen genauer anschauen und mit der Formel rechts vergleichen, dann kommt eigentlich nur die erste Formel für uns in Frage, also die erste binomische Formel. Und es wäre gut, wenn ihr zuerst versucht zu identifizieren, was a² und b² sind. Das wäre dann bei unseren Termen dieser 4a hoch 2 und das 4 hinten. Und ja, wenn man a² und b² hat, hat man auch a und b. Denn diesen Term in der Mitte kann man da noch zur Sicherheit überprüfen, ob es wirklich das 2ab ist. Aber erstmal braucht man a und b. Und weil das die Quadratzahlen sind, also wenn 4a² unser a² ist, das bedeutet, dass a 2a ist eigentlich, wenn man sich jetzt auf die Formel bezieht. Und wenn 4 unser b² ist, dann ist natürlich 2 unser b. Und jetzt am Ende könnte man tatsächlich nochmal die Überprüfung machen, 2ab, ob es wirklich 8a ergibt. Also 2 mal 2a mal 2 ergibt natürlich 8a. Und damit wäre die Aufgabe schon erledigt. Unsere zweite Aufgabe, auch wenn sie beim ersten Blick ein bisschen komplizierter aussieht, ist eigentlich genauso einfach. Vom Aufbau her könnte es sich natürlich um die zweite binomische Formel handeln, wegen dieser Minuszeichen hier vor xy. Und jetzt gehen wir wieder davon aus, dass das hier unser a² und das hier unser b² ist. Um a und b zu bekommen, ziehen wir wieder gedanklich die Wurzel aus dieser zwei Terme. Wurzel aus einem Viertel ist natürlich ein Halb und Wurzel aus x² ist x. Das bedeutet, das wäre eigentlich unser a bei der binomischen Formel, ein Halb x. Dann kommt der Minuszeichen. Und ja, Wurzel aus y² ist natürlich y. Und jetzt zur Überprüfung noch dieser Term, das in der Mitte ist. Also 2 mal ein Halb x mal y. 2 mal ein Halb ergibt 1. Deshalb bleibt tatsächlich nur xy. Und die letzte Beispielaufgabe ist vielleicht ein bisschen interessanter. So vom Aufbau her könnte man es wieder der ersten binomischen Formel zuordnen. Aber beim näheren Hinschauen erkennt man kein a² und kein b². Also wenn wir den ersten Term anschauen, 8a, da brauchen wir gar nicht zu versuchen, jetzt die Wurzel zu ziehen. Ist nicht so einfach. Und ein Halb a² sieht auch nicht so gut aus in der Hinsicht. Allerdings, wenn man sich alle Terme jetzt ein bisschen genauer anschaut, erkennt man, dass sie alle ein a gemeinsam haben. Dieser gemeinsamen a kann man ausklammern, also nach vorne vor der Klammer ziehen. Und außerdem stört uns noch dieser ein Halb, was hier hinten steht. Daraus können wir, wie gesagt, nicht die Wurzel ziehen. Das wäre 1 durch Wurzel 2, bringt uns nichts. Deshalb klammern wir dieses 1 halb auch raus. Also, das würde bedeuten, wir haben dann vor einer Klammer 1 halb a. Und jetzt müssen wir uns überlegen, nur was übrig bleibt von diesem Term, wenn wir 1 halb a ausklammern. Gut, bei dem ersten Term ist ja klar, das a ist weg, ist nach vorne. Aber was passiert, wenn wir aus der 8 1 halb ausklammern? Ausklammern bedeutet, wir teilen durch diese Zahl, die wir nach vorne gezogen haben. Also, wir haben praktisch 8 geteilt durch 1 halb. Und das ist das gleiche wie 8 mal 2 oder 16. Deshalb bleibt hier vorne 16 stehen. Genau die gleiche Taktik auch beim zweiten Term. Also, das a ist weg und b bleibt natürlich stehen. Und jetzt geht es um die Zahl wieder. Wir teilen 4 durch 1 halb. 4 geteilt durch 1 halb ist das gleiche wie 4 mal 2, sind 8. Also, plus 8b. Und bei den letzten Termen ist einfach dieser 1 halb a weg. Also, es bleibt nur b². Und wenn wir jetzt diesen Term in dieser Klammer betrachten, das sieht schon viel, viel besser aus für uns. 16 wäre halt sozusagen unsere binomische Formel, unser a². Und b hoch 2 ist natürlich unser b². Und das heißt, wir können hier natürlich dann wieder die binomische Formel bilden. Also, 1 halb a übernehmen wir. Und Wurzel aus 16 sind 4. Und Wurzel aus b² ist b. Also, hätten wir 4 plus b ins Quadrat. Zur Überprüfung noch dem mittleren Term. 2 mal 4 mal b ergibt natürlich 8b genau das, was in der Mitte steht. Und jetzt noch drei Übungsaufgaben für euch. Also, drückt ihr euch auf Pause, bearbeitet die Aufgaben und vergleicht dann mit meinen Lösungen. Bei der ersten Aufgabe sollte euch erstmal auffallen, dass ihr keine brauchbaren a² und b² habt für die zweite binomische Formel. Deshalb klammern wir dieses 1,8 raus. Wenn man das ausgeklammert hat, dann hat man einen guten Term für eine binomische Formel in der Klammer. Und ich habe sie jetzt nochmal ausführlich geschrieben, damit man alles einzeln erkennen kann. Zusammengefasst sieht die Lösung dann so aus. Bei den zweiten Termen so ähnliche Taktik. Man kann allerdings hier a² und b² ganz gut erkennen für die erste binomische Formel. Deshalb habe ich sie jetzt nur zerstückelt ausführlich hingeschrieben und dann das Ganze zusammengefasst. Und die letzte Aufgabe ist wieder ein bisschen tricky. Und zwar, hier kann man auch einiges ausklammern, damit daraus eine brauchbare binomische Formel wird. Und zwar das b. Alle drei Terme beinhalten b. Den habe ich ausgeklammert. Und jetzt haben wir in der Klammer wieder die erste binomische Formel. Also das Endergebnis sieht dann so aus. Und damit sind wir durch. Wenn ihr noch Vorschläge oder Ideen zu anderen Grundlagenthemen habt, schreibt einfach unter diesem Video. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Vielen Dank. Vielen Dank.